Alter, fast wäre mir eine Fliege in den Mund geflogen, bei meinem Intro, Mann. Alter, was geht ab, Leute, das lasse ich drin. Auf dem Weg zum Westpark, da war ich schon lange nicht mehr. Wer meine Videos abcheckt, der weiß, am Donnerstag war dort, bevor das GoFast-Event in Chicago angefangen hat und die ganzen Spawns mit dem ganzen Shinies kamen, dort war da ein Onyx-Nest und anscheinend war die Rate für Shiny Onyx sehr krass, ähnlich wie damals Sichloh, aber bei Sichloh war es bestätigt, da gab es irgendwelche Berichte und Artikel und Silphrod und dies, genau, und dann, als es halt bestätigt war, haben wir ein Sichloh-Nest gesucht, hatten halt nur dieses Schlechte da, hier in München, aber hat trotzdem gereicht und alle haben da ein Shiny bekommen, wirst du bis Kassel warten. Selbes soll jetzt auch hier sein, nur ist halt nicht bestätigt, nur praktische Erfahrungen, jeder, der hier war, hat einfach ein Shiny Onyx hier bekommen, sogar merke, also checken wir das mal ab, ihr könnt gerne eure Erfahrungen und in die Kommentare schreiben, habt ihr jetzt auch von mir ein Shiny Onyx bekommen. Ich mache mich jetzt erst mal auf die Suche, mal schauen. Also der Westpark ist ein ziemlich gutes Nest, hier könnt ihr auch schon direkt zwei sehen. Das wäre der Zug ist gewesen, hätten wir nach dem ersten nach Hause gehen können. Und? Ne, ich gehe auf jeden Fall noch ein paar unten. Hier ist auch so ein Open-Air-Kino oder so. Und hier ist auch oft Sea Day, hier beim großen Garten, also Westpark ist echt ein gutes Nest. Das ist auch schon einhäre. Das ist auch schon ein bisschen. Das ist auch schon ein bisschen. Hier ist einfach noch ein paar Stunden. So ist es, wir können uns hier auch auf der Suche die in der Schule gefallen sind. Es hat leider angefangen zu regnen. Ich habe hier noch zwei, einen, bevor ich nach Hause gehe. Oder weitergehe. Vielleicht noch nicht ganz nach Hause, aber leider kein Willkommen heute. Wie viele waren das jetzt? Um die 20. Also eine kleine Runde des Nests ist ziemlich gut. Aber keiner dabei gewesen. Aber wir wissen ja, bei mir dauert es immer länger. Ich habe noch Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, fünf Tage, rein theoretisch. Nicht, dass ich jeden Tag hier bin, aber schauen wir mal. Zeit. Und hier ist der zweite. Oder vorletzte. Und nicht shiny. Schade, schade, schade. Mal schauen, was ich hier heute noch so mache. So, wir sind wieder zu Hause. Alter, der Regen ist dann noch richtig, richtig heftig geworden. Ich war pitch nass. Komplett durch Nest. Ja, dementsprechend habe ich danach nichts mehr gemacht. Onyx, shiny Onyx Jagd. Leider nicht erfolgreich. Moment. Ich habe von einer Kollegin gehört, die hat sich zwei gegönnt. Also ich muss da auf jeden Fall nochmal hin und die Chance benutzen vor dem Nestwechsel. Wir haben eine Box am Start von Loopchest. Grüße gehen raus. Info und in der Beschreibung, wie jeden Monat eine Box bezüglich Gaming Geeks und Nerd Stuff. Aber, davor besprechen wir noch ein paar Sachen. Und zwar, Cocknodorn wurde für GoFest Dortmund angekündigt. Das wird eins der Pokémon sein, das vermehrt Spawned. Wird aber wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich nicht das Pokémon in Shiny sein. Ich denke mal, das wird Nidoran männlich. Da wird ja schon eine Menge gemunkelt. Und das Feedback, die Reaktion da drauf war jetzt nicht so toll. Könnt gerne ohnehin die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Weil, jetzt zur Abenteuerwoche, gab es den eigentlich schon relativ häufig. Ich meine, es war eine Quest und die Quest war jetzt nicht so leicht zu erfüllen. Und Wildfang ist natürlich immer besser, aber er kam mit Gagdass. Und jetzt werden wir nochmal mit dem überschüttet. Ja, die Leute haben sich nicht wirklich drüber gefreut. Ich meine, ich brauche noch Bombons. So viele habe ich jetzt auch nicht gemacht. Kann ich doch gebrochen. Ich habe einen Hunderter, das heißt, ich brauche echt nur die Bombons zum Entwickeln oder zum Maxen. Aber da er jetzt beim Gophers spawnen wird, wird man wahrscheinlich mehr als 1000 Bonbons von dem jetzt dann machen können. Also, jetzt kommen wir halt wieder die Leute mit dem Entwerten. War davon selten das Pokémon. Nach der Abenteuerwoche nicht mehr so. Und jetzt nach dem Gophers auf jeden Fall nicht. Aber mir egal, ich brauche die Bonbons. Allgemein und Unico Tage. Und zum Beispiel jetzt für Telegram gibt es wieder eine 100% IV-Gruppe, wo alle Spawns gepustet werden. Und da werden sich bestimmt einige Leute über ein 100er Cocknodon freuen oder so. Also, dass Cocknodon kommt, ist eigentlich eine ganz gute Sache. Dann waren wir auch noch gerade live im Livestream. Ein paar technische Schwierigkeiten, aber war trotzdem immer lustig. Also schaut so bei. Normalerweise bin ich da immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag um 21 Uhr live bis 22 Uhr irgendwas. Falls irgendwelche Events starten oder so, sind wir immer am Start. Die letzte Stunde des Events nutzen. Irgendwelche Neuigkeiten kommen dann immer um 22 Uhr rein. Und jeden Sonntag nicht vergessen, 21 Uhr level ich mit meinen Freunden. Glück sei an und ja, alle besten Freunde dann werden wieder rausgenommen. Und möglicherweise adde ich dann neue Leute aus dem Stream, aus dem Chat. Aber auf jeden Fall haben wir dann gewartet auf 22 Uhr, dass möglicherweise ein Harry Potter Event startet. Denn, ihr wisst ja dieses Wochenende, ab Freitag soll es beginnen. Man weiß noch nicht ganz genau, wann es für Deutschland dann verfügbar ist, aber ab Freitag beginnt. Und dann werden verschiedene Länder nach und nach freigeschaltet. Und da hatte man jetzt gemunkelt, dass zum Start vom Spiel ein Event in Pokémon Go startet. Wie zum Beispiel damals in Ingress, da gab es auch irgendwas in Ingress. Und dann gab es für uns Shiny Tragosso und Shiny Polita. Das war ja so in Ingress. Es gab ja auch Ingress Shirts jetzt. Also so ein Teilen-Misch-Event. Für Harry Potter Go jetzt, wir haben ein bisschen spekuliert. Fotobomb, Pikachu mit Brille oder Narbe oder Hexen-Hoot-Pikachu. Dementsprechend auch Hexen-Hoot-Pichu. Der ist ja relativ selten. Noch eine Chance auf den. Shiny Abrabe wurde ja fälschlicherweise fehlerhaft beim Go-Fest in Chicago für eine kurze Weile veröffentlicht. Manche meinen, das war ein Fehler vom Praktikanten und das sollte jetzt erst zum Potter-Go-Event rauskommen. Und andere Munchen, zum Beispiel Shiny Rettern wegen Slytherin oder Shiny Hut-Hoot wegen der Eule und dem Brief und so. Ja, kam aber noch nicht. Ich würde mich freuen, noch so ein kleines Exop-Event, weil jetzt haben wir halt nur Doppelbonbon. Ist okay, aber auch nicht so in der Welt. Abgesehen davon war es das, glaube ich. Wir öffnen dann erstmal die Box. Ich habe halt einen kurzen Blick eingeworfen, um die Kamera reinzubelegen für die Szenen. Aber ganz genau, was drin ist, weiß ich noch nicht. Star Trek Mirror Universe Triple. What the fuck? Irgend so ein Plischknoll. Okay. Ein Shirt ist am Start. Ich sehe schon, ob es da... Nee, Tetris. Ich bin ein großer Tetris-Fan. Ein sehr großer Tetris-Fan. Das ist am Adam Start. Oh ja, das ist doch chillig. Einfach nur Tetris. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Dann haben wir noch eine Halo-Figur. Der Master Chief. Eine nette Sammelfigur. Sammelfigur sind immer am Start. Puh. Das ist auch cool, Mann. Ich laufe eigentlich immer beim Zocken mit einer normalen Flasche rum. Aber hier haben wir... Eine Marvel-Flasche. Vielleicht steige ich da noch rum. Das ist nicht nur eine normale, warte, Mann. Das ist auch noch so. Oh ja. Oh ja. Das ist doch nice. Das ist doch nice. Die gehör nicht mehr. Und hier haben wir noch... Ein Nintendo... Ja, wie nennt man das? Wo man Stifte halt rein tun kann. Gute Deutsch von mir. Süßigkeit. Bisschen spät dafür. Oh. Wasser-Melon-Geschmack. Beste. Und einen kleinen Comic. So ein Test-Comic. X-Man. Dark Phoenix. Mit... Ja, hier. Mit ihr. Sansa Stark. Ja. Sehr nette Box. Sehr coole Sachen. Vor allem das Shirt und das hier. Ich bedanke mich bei Loot Chest. Schaut vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Ansonsten. Ja. Hoffe ich noch auf ein Shiny Onyx demnächst die Tage. Und wie gesagt. Allgemein zu Cognodon Spawns. Zum Go-Fest. Und in den Kultage. Freut ihr euch drauf? Oder findet ihr die jetzt auch? So wie die Reaktion hier im Internet. Der unnötig. Und denkt ihr, dass für Harry Potter Go ein Event in Pokémon Go starten wird. Und werdet ihr Harry Potter Go zocken? Das ist ja die große Frage. Wenn es am Wochenende dann veröffentlicht wird. Am Start ist. Ich werde es auf jeden Fall testen. Ob ich wenige, wenn es sich jetzt wieder so zu machen werde. Weiß ich nicht. Kommt dann einfach drauf an. Ob es mir gefällt. Wie sehr ich das zocken werde. Ob ich da jetzt richtig süchtig werde. Oder ob ich da nur so gelegentlich zocken werde. Nebenbei. Wir werden es sehen. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Aber das war es von mir. Leute wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mal auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht. Pokémon ist serious business. Und vielleicht demnächst. Harry Potter Go auch.